Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Erfahren Sie, wie Sie Daten von einem ausgefallenen Buffalonas LS-WXL236-Rate-Array wiederherstellen können. Rate ist dafür bekannt, die Zuverlässigkeit der Datenspeicherung zu verbessern und vor Datensverlust zu schützen, wenn ein oder mehrere Laufwerke ausfallen. Doch selbst mit Rate können festplatte Ausfälle zum Verlust des Zugriffs auf den Speicher und wertvolle Daten führen. Es ist auch möglich, dass das NAS selbst ausfällt und Sie infolgedessen keinen Zugriff mehr auf Ihre Daten haben. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie mit Hilfe einer speziellen Datenwiedererstellung-Software den Zugriff auf Informationen auf einen beschädigten Rate wiederherstellen können. Wir zeigen Ihnen, wie Sie ein beschädigtes Rate wiederherstellen und Informationen daraus abrufen können. Um ein grundlegendes Verständnis der Rate-Technologie zu erlangen, sehen wir uns an, wie man ein Rate auf dem Buffalonas erstellt. Dieses Modell, das Buffalon RS WXL236, unterstützt mehrere Rate-Level, Rate 0, Rate 1 und Job. Um ein Rate zu erstellen, öffnen Sie die Web-Nichtstelle des Geräts, indem Sie die IP-Adresse Ihres Geräts in die Adressleiste Ihres Browsers eingeben. Oder greifen Sie über die Buffalonas-Navigator-App auf die Geräte-Einstellungen hinzu. Gehen Sie im NAS-Manager-Fenster zur Registerkarte System Speichert. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Rate-Rate und öffnen Sie die Einstellungen. Wählen Sie hier die Ebene des zukünftigen Arrays aus, wählen Sie die Festplatten aus, die es bestehen soll und klicken Sie auf die Schaltfläche Rate-Rei erstellen. Sie werden gewarnt, dass die ausgeweilten Festplatten gelöscht werden. Klicken Sie zur Bestätigung auf Übernehmen, geben Sie den Code ein und klicken Sie erneut auf Übernehmen. Der Rate-Erstellungsprozess beginnt. Warten Sie, bis der Prozess abgeschlossen ist. Wenn er abgeschlossen ist, können Sie eine Netzwerkfreigabe erstellen. Also können Sie Dateien zwischen verschiedenen Geräten in Ihrem Netzwerk austauschen. Klicken Sie unten Gemeinsame Ordner auf die Schaltfläche Ordner erstellen. Benennen Sie den Ordner, wählen Sie ein Volumen aus, Legen Sie die Zugriffseinstellungen fest und aktivieren die Netzwerkprotokolle. Sie können hier auch die Papierkorb-Funktion für diesen Ordner aktivieren. Mit Hilfe der Papierkorb-Funktion können Sie fernsächlich gelöschte Dateien wiederherstellen. Wenn Sie alle Einstellungen für den gemeinsamen Ordner festgelegt haben, klicken Sie auf Speichern. Sobald diese Schritte abgeschlossen sind, können Sie Ihren neuen gemeinsamen Ordner verwenden, um Dateien zwischen verschiedenen Geräten in Ihrem Netzwerk auszutauschen. Beachten Sie, dass Sie möglicherweise zusätzliche Sicherheitseinstellungen konfigurieren müssen, um den Schutz Ihrer Daten zu gewährleisten, indem Sie ein Kennwort festlegen oder die Zugriffseite aus bestimmten Benutzer beschränken. Wenn Sie die Papierkorb-Funktion für einen Netzwerkordner aktivieren, können Sie fernsächlich gelöschte Dateien aus diesem Ordner wiederherstellen. Wenn die Dateien auf diese Weise nicht wiederhergestellt werden könnten oder Sie aufgrund eines NAS-Auffalls und einem RAID-Abstürzes den Zugriff auf die Daten verloren haben, kann Ihnen nur ein RAID-Datenwiederherstellungssoftware helfen, die verlorenen Daten wiederherzustellen. Die Wiederherstellung von Daten von einem defekten NAS kann ein komplexer und zeitrauswendiger Prozess sein, aber es gibt ein paar Methoden, die Ihnen helfen können, wichtige Informationen wiederherzustellen. In diesem Artikel belassen wir uns mit der Wiederherstellung von Daten von einem nicht funktionfähigen Buffalo-NAS. Der erste Schritt ist die Vorbereitung auf die Datenwiederherstellung. Dazu müssen Sie die Nutzung des NAS einstellen, um weiteren Datenverlust zu vermeiden. Wenn sich das NAS nicht starten lässt, müssen Sie die Ursache des Hardware-Fehlers ermitteln. Es kann sich um ein Hardware- oder ein Softwareproblem handeln. Wenn der NAS aufgrund eines Hardware-Problems ausfällt, muss das nicht funktionierende Teils ersetzt werden. Handelt es sich um ein Softwareproblem, können Sie versuchen, das Problem selbst zu lösen oder sich an einen Fachmann wenden. Wenn Sie Ihr NAS nicht wieder zum Laufen bringen könnten, der Zugriff auf das für das Platten-Array nicht mehr möglich ist, verzweifeln Sie nicht. Mit der Datengerätung der Software Head & Trade Recovery können Sie ein unterstütztes Raid wieder zusammensetzen und Ihre wichtigen Dateien wiederherstellen. Die Software unterstützt die meisten Dateisysteme und Trade-Typen und ist damit die ideale Wahl für die Wiederherstellung von Daten nach Hardware-Ausfällen, Kontrollerausfällen, Hardware-Fehlern und anderen Problemen. Und auf die Laufwerke zu greifen zu können, müssen Sie sie aus Ihrem NAS-Gerät entfernen und direkt an Ihren Windows-Computer anschließen. Wenn das Betriebssystem Ihres Computers Sie auffordert, die Laufwerke bei anschließend zu analysieren oder zu formatieren, tun Sie dies nicht. Da dadurch die Daten verständlich gelöscht werden können und die Wiederherstellung schwierig wird. Laten Sie zunächst Hack mit Raid Recovery herunter, installieren Sie es und führen Sie es aus. Wenn das Programm startet, scannt es automatisch die an Ihrem Computer angeschlossenen Laufwerke und setzt das ausgefallene Raid wieder zusammen. Im Hauptfenster des Programms sehen Sie das Raid, das aus dem fraglichen Laufwerke zusammengesetzt wurde. Um die manörigen Dateien zu finden, klicken Sie mit der rechten Nost-Taste auf die Partition und dann auf Öffnen. Wählen Sie dann die Art der Analyse, schnelle Suche oder vollständige Analyse. Für die meisten unkomplizierten Situationen reicht ein Klick-Scan aus. Diese Art der Analyse nimmt weniger Zeit in Ausspruch. Wenn das Programm die manörigen Dateien nicht finden, wählen Sie die vollständige Analyse. Gehen Sie zurück zum Startbildschirm. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk und wählen Sie Neue analysieren. Und dann verstehen Sie die Analyse. Geben Sie das Dateisystem an, deaktivieren Sie das Kontrollkätzchen für die Dateienhaltssuche, um den Vorgang etwas zu beschleunigen und klicken Sie auf Weiter. Sobald der Scan abgeschlossen ist, zeigt die Software das Ergebnis auf dem Bildschirm an. Der Inhalt aller Dateien kann im Vorschaufenster eingesehen werden. Markieren Sie die Dateien, die Sie wiederherstellen möchten und drücken Sie die Schaltfläche Wiederherstellen. Geben Sie dann an, wo die Daten gesparten werden sollen, Laufwerk und Ordnung. Sobald der Datenwiederstellenprozess abgeschlossen ist, liegen die Daten in dem angegebenen Verzeichnis. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass bei einem Ausfall des Speichergeräts der Zugriff auf das Festplatten-Array verloren gehen kann. Aber mit einer Datenrettungssoftware können Sie die auf den Festplatten gesparteten Informationen wiederherstellen. Wenn Sie die Laufwerke an Ihrem Computer anschließen, müssen Sie darauf achten, sie nicht zu initialisieren, da dies den Wiederherstellungsprozess erschweren kann. Es ist auch wichtig zu wissen, dass die wichtige Wahl der Software und die richtige Reifenfolge der Aktionen den Datenrettungsprozess erheblich erleichtert und den Verlust wertvoller Informationen vermeiden können. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank für Zuschauen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020